Hier war diese Gläubige aber wieder. Lass mich doch unten! Oh, da ziehe ich jetzt durch den Köscherbar hin, wenn es geht, das geht, reicht. Ich habe keinen Plan, die Zeit für Plan ist vorbei, ich muss wohl improvisieren. Ja, wie, ich muss provisieren, ja, ich muss provisieren. Ich bin garrett, ich bin garrett. Ich finde nur das, was ich mache. Aber was zum Teil, eine komplette unterirdische Stadt. Na gut, mit den Jahren hat sich das auch, krebt sich das aber auch noch vorne Augen. Man kennt's. Wie viele sind denn? Das ist schon krass, sowas. Verborgenstadt, Rade-Docs, Außenbereich. Oh, 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 oh! Ich habe also genug Zeit wieder raufzuklettern. Es ist überall was dem Fischer hier unten. So, jetzt muss ich noch oben. Neue Karte, okay. So, jetzt mit Topfeuer, warte mal die Seifer, die auslöten, ja. Oh, die hat mir Gott schon ein bisschen leicht erschreckt. Samir, Sci-Fi und Hinzhaugen. Oh. Der Scheiß, weil mich dort zu haben. Nord Langhals. Keine Ahnung, ob es den gibt. Äh, wenn ja, sorry. Äh, so gut. Oh nein. Sie sind auch hier. Verdammt, das war der Versorgungsaufzug. Was deine Folgelei ist das? Ah, so kennt ihr die Uhr schon. Haha. Ha, bin ich nicht der einzige, dass ihr kennt, Gegner. Ja. Steckt die Wand schon hier? Ja, steckt die Wand schon mal hier. Er sollte rüber springen. Nein, nein. Nein, nein. Nö, lieber nicht. Wunsch jetzt? Ah ja, gut. da habe ich noch mal teilnahme verbraucht mein leben so gut ausschneiden das war der versorgungsaufzug das war die verabschäulichkeit die hausse ziehen die akte die augen offen brüder Dann speichern wir das mal hier ab, sodass wir hier gleich einen Punkt haben. Dann speichern wir das mal hier ab. Was ist denn los mit euch? Liegt's auch ohne Ruhe? Ist halt nichts. Und safe, okay. Ich hab den Video gebracht. Ah ja, ist mir gar nicht. Ich hab den Video gebracht. Kann er kommen? Kann man, okay. Gut, ich hab aber gesagt, wir müssen auch wieder noch. Ich helfe die Kumpel. Okay. Ich gebe hier lang. Ich gebe hier lang. Ich gebe hier lang für das Video drüber. Wir hätten selber den Weg geweckt. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Die Urkraft hat sie verändert. Die Urkraft hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Ich gebe hier lang für das Video. Ich gebe hier lang für die Kumpel. Ich gebe hier lang für die Kumpel. Ja. Nej. 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 Kud i shaps i shalt. Kud i shaps i shalt. Soll der auch wieder reinfallen? So, die Fischer da vorne? Ja. Was möge wohl passieren, wenn ich direkt darauf trete? Kommt bitte weg. Oh, das war's doch. Deaktiviert.